Wir sind bei der ADAC Wohnmobilvermietung im Saarland. Die ist nämlich in Saarlouis und hier ist Jürgen Junk. Hallo Jürgen. Hallo Sven. Lange nicht mehr gesehen. Ja. Der Running Gag. Ja, jetzt das achte Video hier in Bexbach auf der Freizeitmesse. Ihr habt eine ganz große Wohnmobilvermietung. Genau. Wir sind Franchise-Nehmer vom ADAC und vermieten im Saarland eben Wohnmobile sämtlicher Couleur eben über den ADAC bzw. mit dem ADAC. Und man kann uns eben da über die Internetseite auch finden. Entweder einfach eingeben ADAC Wohnmobile oder eben wohnmobile-saarland.de. Ja, ihr habt ein ganz großes Büro eingerichtet. Die Leute können hier direkt mieten, oder? Genau. Wir haben also ein Verkaufsbüro. Das ist zum Verkauf der Fahrzeuge gedacht und natürlich zum Mieten gedacht. Für beides. Weil wir auch bei der Vermietung jetzt zum ersten Mal eben Buchungslücken anbieten. Sprich, ich habe hier vorne ein Schild. Lass uns mal gerade schauen hier. So praktisch last minute, wenn man will. Genau. Also wir machen also Buchungslücken 2018 bis zu 45 Prozent Ermäßigung. Die kann man auch auf der Internetseite sehen oder man kommt eben hier an der Messe vorbei. Und wir beraten dann dementsprechend, wo diese Lücken sind. Also jemand, der kurz entschlossen ist oder jemand, der nicht genau an einen Zeitpunkt gebunden ist, der kann eben da bis zu 45 Prozent Ermäßigung bekommen. Und das betrifft also alle Fahrzeuge, die auch hier aufgemalt sind. Vom kleinen Kastenwaren an bis zum großen Liner, teilintegrierte bis hin zum Familienfahrzeug. Wir haben bei allen Fahrzeuggattungen immer noch Buchungslücken, die wir auch gerne füllen. Und das eben bis zu 45 Prozent Ermäßigung. Okay, das heißt insbesondere, wenn jetzt jemand zum Beispiel etwas flexibler ist, nicht mehr auf die Ferien angewiesen ist und so, der findet immer was. Der findet immer was oder wenn er sagt, ich kann mich innen drin mal kurzfristig freimachen, ich habe vier, fünf Tage oder sechs Tage und der findet immer was. Uns einfach ansprechen, entweder anrufen oder hier auf der Messe vorbeikommen und wir schauen dann, wo es geht. So, du hast noch einen Partner mit dabei? Genau, wir haben noch zwei Partner mit dabei. Das ist einmal die Firma Akkusyst, die uns beliefert mit hochwertigen Batterien, Aufbaubatterien und Starterbatterien. Der Firma Warta, die wir dann verbauen in die Fahrzeuge, Ladegeräte, Startgeräte und die Teile gibt es auch alle bei uns im Shop in Saarlouis, im Industriegebiet, in Industriestraße 3. Und wer da Bedarf hat, der möchte gerne uns auch ansprechen hier auf der Messe beziehungsweise auch im Shop. Wir machen auch jetzt eine Aktion während der Messe für die Aufbaubatterie, die Warta-Batterie. Und da kann der Herr von Akkusyst jetzt noch was dazu sagen. Hier ist Björn Kuber, hallo. Hallo erstmal. So, wenn Sie mal so lieb sind, von dem Zelt mal weggehen und mal das größte Modell mal mit runter wegnehmen. Denn Ihr Zelt ist rot und dadurch ist das Filmen fast unmöglich. Aber wir machen es jetzt mal etwas flexibler. Da haben wir nämlich ein ganz tolles Gerät. Da ist nämlich mal an ein ganz großer Lithium-Ionen-Akku drin, oder? Das ist richtig. Das Ladegerät ist mit einem Lithium-Ionen-Akku versehen, wo man nicht nur eine Blei-Säure-Batterie, sondern auch eine Aufbaubatterie mit laden kann. Das Ladegerät haben wir mit verschiedenen Kapazitäten. Fängt an bei einem kleinen Ladegerät mit 0,8 Ampere Ladestrom für Motorräder und geht hoch bis 26 Ampere Ladestrom für unter anderem für LKWs und Baumaschinen, die wir im Programm haben. Und die können dann natürlich hier auch gerne bezogen werden. Wozu ist so ein Gerät gut? So ein Gerät wird hauptsächlich zum Aufladen einer Starter-Batterie bzw. einer Aufbaubatterie benötigt. Okay, die ist jetzt leer zum Beispiel? Komplett leer? Ja, wenn sie leer ist, ist gar kein Thema. Die kann mit einem sogenannten Boost-Modus wieder aufgeneriert und aufgeladen werden. Da wird einfach eine Taste gedrückt. Dann wird sie aus der tiefen Entladung versucht herauszuholen, sodass die Batterie dann auch wieder kurzfristig einsatzbereit ist. Okay, also das darf in keinem Haushalt fehlen, zumindest in keinem modernen Mobil-Camping. Denn wenn ich eine Solaranlage habe und die ist mal restlos leer, was eigentlich nicht passieren kann, weil da ein Spannungswächter ist, aber es könnte doch. Ja, normalerweise nicht. Wenn die restlos leer wäre, dann wäre entweder die Batterie kaputt oder das Ladegerät der Solaranlage wird nicht mehr funktionieren. Ansonsten wird die Batterie automatisch nachgespeist über die Solaranlage oder die Batterie wird geladen über den Ladestrom des Fahrerhauses, also des Motors. So, und wozu wäre das jetzt zum Beispiel ganz gut? Also dieses Gerät nutzt man halt zur Spannungserhaltung, zum Beispiel im Winter. Wenn man das Fahrzeug abstellt, dann klemmt man da die Batterie an und dann lädt und entlädt die die Batterie des Führerhauses. Regelmäßig? Und man hat halt viel längere Lebensdauer der Batterien. Die Batterie-Lebensdauer kann man fast verdoppeln, wenn man sowas macht, im Gegensatz zu einfach nur abstellen, Schlüssel rausziehen und im nächsten Frühjahr wieder anschalten. Weil dann kommt oft der Krach und dann stellt man fest, dass die Batterie eben nicht mehr 100% lädt, sondern nur noch 70% oder 50% lädt und dann bleibt es nicht oft darum, dass man eben eine neue Batterie reinbauen muss. Und es wird wahrscheinlich immer weniger von Winter zu Winter. Das heißt, wenn die steht, da lagern sich wahrscheinlich irgendwas an den Polen ab? Genau, die Batterien werden ja immer hochkomplexer. Der Ladestrom bzw. die Ladefähigkeit muss ja immer höher sein von den Batterien. Und von daher ist die Pflege der Batterie so wichtig wie die Pflege der Frau. Wenn du das nochmal kurz erwähnst, was hast du gesagt? Ja, die Pflege der Batterie ist im Fahrzeug so wichtig wie die Pflege der Frau. So, das lasse ich mal stehen. Du hast noch einen zweiten Partner. Vielen Dank, Herr Kuber. Vielen lieben Dank. Wünsche ich auch. So, und hier haben wir die Firma Tech 7. Tech 7. Tech 7, also nicht 7. Also ich bin schon ganz durcheinander. Das da hast du mir schon erzählt. Das ist, ich glaube, das Dichtmittel, was du irgendwie gar nicht kaputt kriegst. Ja, Dicht und Klebemittel. Ich habe schon ein paar Mal in den Filmen ja gesagt, das ist das Beste, was es momentan auf dem Markt gibt. Es gibt zwei Versionen. Es gibt einmal der Tech 7 und es gibt den Flex 7. So, das sind zwei paar verschiedene Sachen. Einmal den Tech nutzt man zum Kleben, um eine hohe Festigkeit hinzubekommen. Da kleben mir zum Beispiel die SAT-Anlagen mit fest. Da kleben mir die Solaranlagen auf dem Dach mit fest. Alles das, was eine Endfestigkeit erreichen muss, eine hohe Endfestigkeit erreichen muss, nutzen wir eben Tech 7. Tech 7 ist halt, wie es schon sagt, ein bisschen flexibel und du nutzt das halt, um Fugen zu machen, die halt immer eine gewisse Flexibilität haben müssen. Und gibt es halt in weiß und in schwarz. Und das Wichtige beim Weiß ist, das haben wir auch schon mal im Video gezeigt, es wird nicht schwarz. Und wenn es mal Rußbelagerungen hat, kriegst du es problemlos wieder runtergewaschen, weil es gibt auch einen Reiniger dazu, den man nutzen kann. Dieser Reiniger und den Fetter kann man auch nutzen, wenn man eine Installation, eine neue Installation macht, um das Ganze zu kletten. Und das sieht man auch teilweise da an den Modellen, die die Frau Schorn mitgebracht hat, die jetzt vielleicht noch ein paar Sachen dazu sagen kann. Genau, hier ist nämlich die Frau Schorn. Da ist nochmal die Tech 7 Spritzkartusche und die klebt wirklich alles. Hier ist die Frau Schorn. Die heißt mit Vornamen wie? Ulrike Schorn. Hallo Ulrike. So, Tech 7 ist ein guter Kleber? Ja, man klebt und dichtet mit einem und man ersetzt damit so ziemlich alles, was es an Klebstoffen auf dem Markt gibt, weil wir hier zum einen dauerelastisch sind, zum anderen eine sehr hohe Klebkraft haben. Wir können bei Wind und Wetter arbeiten, egal ob es regnet, schneit.